Fantastisch! Wann es kommt, oder es kommt für Android raus. Denn dann hätte ich gesagt oder hätte ich damit gespielt, dass ihr denkt, es würde jetzt relativ bald rauskommen. Es stand aber da, Infos. Bedeutet ich gebe Infos wann es kommt, das habe ich getan. Nämlich leider erst in ein paar Monaten. Das ist scheiße, ich weiß. Das tut mir leid, kann ich nur leider nichts dran ändern. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Wir haben zwei Gratiskisten und es gibt drei neue Legendaries. Und ja, ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr weiter guckt. Ich finde es immer noch relativ cool natürlich, sonst würde ich da nicht spielen. Und wenn der eine oder andere noch Spaß hat an den Videos, dann würde ich mich freuen, wenn ihr noch dabei bleibt. Und wir gucken jetzt erstmal drauf. Also wir gucken mal in den Posteingang. There are three new cards. Archer Queen, Shaman und Storm Elemental. Und eine neue Burg. Dwarven Halls. 1.800 Trophies and above. Angelic Temple has temporarily been removed. Der Engels Temple. Wir gucken jetzt mal drauf. Auf mein Deck. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich kann sie ja... Ich habe sie ja leider noch nicht. Ich glaube bei der letzten... Doch, du siehst sie schon mittlerweile. Geil. Das ist der... Das ist der Sturm Elementar. Legendär. Dann die Burgenschützenkönigin. Drache ist auch ein... War ja schon verfügbar. Habe ich leider noch nicht. Und der Schamane. Okay, wir können ja gleich nochmal probieren, mal eine mythische Kiste aufzumachen. Oder was haben wir denn überhaupt an Kisten? Ich hatte gesehen, der... Ja genau, Hilb hatte mir noch eine Legendary Kiste geschickt. Die öffne ich dann aber morgen. Weil ich damit... Ich hoffe, ich kriege selber auch noch eine. In 15 Stunden, 8 Minuten. Wäre natürlich geiler, wenn ich dann direkt zwei Kisten öffnen könnte. Ja, wir öffnen gleich mal eine mythische Kiste und gucken mal, was da drin ist. Und da jetzt neue Burg da ist. Ich bin ja eigentlich... Genau, Engels Temple ist auf... 1.800... Was? 1.800 plus? Dämonenschloss? Warum zeigt der mir noch gar nichts anderes an? Es... Lol, die wurde weggemacht. Das heißt, egal welchen Kampf ich jetzt mache, ich bin so oder so im Engelstempel. Ich bin so oder so jetzt hier. Hä? Moment mal. Das passt doch alles vorne und hinten nicht zusammen. Ohne Witz. Da passt was nicht. Dwarfs Hall. Genau. Angelic Temple has temporarily been removed. Bedeutet, das hier müsste Dwarven-Dings-Kirchen sein, aber nicht Engelstempel. Das heißt, hier ist ein Schreibfehler drin. Warte, kann ich das auf Englisch stellen? Ich stelle es mal ganz kurz auf Englisch. Das interessiert mich jetzt mal. Ein kurzer Katz. Moment. Oh, muss gar nicht raus. Du musst gar nicht raus aus dem Spiel, um das umzustellen. So. Ja, wollte ich sagen. Dwarven-Zall. Auf Englisch passt es. Okay, wir lassen es jetzt mal... Wir stellen es wieder um. Wir stellen es wieder um. Ist vielleicht für euch einfacher. So, Deutsch. Und jetzt direkt rein in das erste Spiel. Und zwar nicht im Engelstempel, sondern in... Nein, gegen den Level 8. Oh nein. Sieht geil aus, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen. Sieht schon gut aus. Sieht gut aus. Wurde gut gemacht. Und wir spielen gegen Sir Mau. Aus Merico. Ist doch Mexiko. Das ist, glaube ich, die mexikanische Flagge. Ich habe meinen Ballista endlich höher gemacht. Ist, glaube ich, jetzt Level 4. Der Ballista dank an die Spender aus meinem Clan. Nein, er hat die Pfeile genommen. Allerdings hat er jetzt Minus gemacht bei Mana, denn... Die Pfeile kosten mehr als meine zwei Elixier für die... Nein, 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 nein. Lass bitte... Lass meinen Ballista in Ruhe. Bitte, 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 lass meinen Ballista in Ruhe. Nein, er hat den Ballista kaputt gemacht. Der Sauhund. Der Sauhund, der... Komm. Gib dem nach... Oh, Leute, er hat ein Level 4 nach. Na gut, damit hatte ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Äh... Wir sparen uns mal noch die Skelette auf. Nein, ich hätte die Bombe gehabt eins später. Scheiße. Okay. Ah, da hat er eigentlich auch was verschwendet. Der spielt so ein bisschen unklug irgendwie. Auch selbst... Ich meine, selbst wenn er gewinnt. Selbst wenn er gewinnt, das weiß ich nicht. Kann sein, dass er gewinnt. Aber er spielt... Aktuell spielt er ein bisschen unklug. Und jetzt versuchen wir mal was. Jetzt muss ich nämlich hoffen, dass ich noch was Gutes ziehe. Sonst habe ich wirklich verschissen. Aber das ist eine Ausdrucksweise. Entschuldigung. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Die Ausdrucksweise, die ist natürlich... So, mal gucken, ob wir da jetzt... Nein, das war zu wenig. Das war zu wenig. Das war gerade mal... Oh, jetzt muss ich da auf jeden Fall die Bombe setzen. In der... Oh ja, wir haben ihn. Wir haben ihn sauber. Oh, der dunkle Ritter. Ich habe ihn mittlerweile übrigens auf 3. Auch geil. Und wir können ihn gleich setzen. Nein, wir setzen ihn nicht. Wir setzen erst unseren Skelettkönig. Was hat er gesetzt? Er hat jetzt den Drachen. Nein. Nicht dein Ernst. Ich muss warten. Ich muss spekulieren. Alter, der ist so stark. Alter, der ist so stark. Alter, ist der Drache stark. Leck mich am... Entschuldigung. Leck mich nicht am... Was auch immer ich gerade sagen wollte. Alter Schwede. Komm, komm, komm. Gib ihn mir. Gib ihn mir doch. Ich brauche den dunklen Ritter. Ich brauche ihn unbedingt. Boah, der ist so stark. Der ist so stark. Und jetzt muss er bitte reichen. Reich, bitte reich. Ich brauche... Ich brauche unbedingt... Ich brauche unbedingt die Erscheinung. Bitte. Es wird so knapp. Ich habe zu wenig Karten auf dem Spielfeld. Das ist das Problem. Das bringt mir gar nichts. Weil es zu wenig Karten sind. Ich habe zu wenig Karten. Aber es sieht aktuell noch ganz gut aus. Es sieht aktuell ja noch ganz gut aus. Ja, muss ich mal eben ganz kurz... Wir müssen uns mal eben ganz kurz hier eines Tricks behelfen, damit wir ihn kriegen. Nein, verdammt. Jetzt muss ich... Was machen wir jetzt? Muss ich mal eben ganz kurz kaputt machen. Muss ich mal eben ganz kurz... Ich kann gerade nichts machen. Jetzt kann ich da was machen. Boah, jetzt habe ich so oft die Erscheinung. Und ich kann damit nichts anfangen. Ich brauche eine andere Karte. Das war's. Ich fürchte, ich fürchte, das war's. Ich fürchte, das war's. Wir haben da jetzt leider, glaube ich, keine Wahl, als da noch was zu setzen. Ich muss da jetzt alles draufkloppen, was ich habe leider. Äh, den müssen wir da mal eben kaputt machen. Boah, das ist ein knappes Spiel. Aber es ist auch... Es macht auch echt Spaß, muss ich sagen. Es macht doch wirklich Spaß. Es ist ein lustiges Spiel. Komm. Aber ich will das jetzt auch nicht verliehen. Nein, der Drache schon wieder. Das war's, glaube ich. Der Drache schon wieder. Ich bräuchte jetzt unbedingt... Ich bräuchte unbedingt mal die Erscheinung. Aber ich krieg sie nicht. Keine Chance, glaube ich. Keine Chance. Komm, gib ihm. Gib ihm doch. Gib ihm doch. Bringt nix. Der Drache ist zu stark. Der Drache ist einfach zu stark. Leider. Ja, wir haben leider verloren. Ist aber egal. War ein gutes Spiel. War echt ein gutes Spiel. Hat Spaß gemacht gegen Sir Mau. War wirklich gut. Ja, da kommt noch der Smiley. Mr. Fair... Mr. Fairplay Sir Mau. Deswegen... Ist mein Clan auch. Deswegen ist mein Clan auch zu. Also. Ich würde aber sagen, wir öffnen jetzt trotzdem noch mal die... Mythische Truhe. Mythische Kiste. Entschuldigung. Mythische Kiste natürlich. Weil ich ja unbedingt eine von den neuen Legendaries haben will. Ja, wir haben eine. Geil. Wir haben auf jeden Fall eine Legendary gezogen. Das ist schon mal sehr erfreulich. Ich will gucken, wir machen es jetzt aber diesmal in der richtigen Reihenfolge. 316 mal die Drillinge. Ich hasse die Drillinge. Ohne Witz. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Du kriegst, glaub ich, immer den Scheiß, den du gar nicht brauchst. Ohne Witz. 14 mal die Engel. Äh. Kann man vielleicht ganz gut gebrauchen in Kombination mit dem dunklen Ritter. Ich weiß es nicht. Komm jetzt. Daumen drücken alle. Bitte. Alle zusammen Daumen drücken. Wir brauchen eine neue. Wir brauchen die Usher Queen. Oh, der Drache. Geil. Dann beschwere ich mich definitiv nicht, wenn ich den Drachen jetzt habe. Den nehmen wir jetzt nämlich. Und den nehmen wir jetzt für den dunklen Ritter. Oder? Dunkler Ritter ist schon sehr stark. Allerdings habe ich den Skelettkönig auf 4. Geil. Ich habe den Drachen. Wie geil ist das denn? Und den testen wir jetzt mal sofort aus. In einem neuen Spiel. So. Ich denke ja mal, dass das der Fall ist, dass du quasi... Dass jetzt erstmal jeder in dieser Burg spielt, der über 1800 ist. Weil sie ja den Engelstempel rausgeschnitten haben. Sozusagen. Und ja. Wir gucken jetzt einfach mal. Reff. Reffe. Jeffe. Aus Amerika. Level 6. Den müssten wir doch eigentlich mal kriegen. Wir versuchen jetzt natürlich möglichst viele Sachen aufs Spielfeld zu kriegen. Um gleich die Erscheinung zu spielen. Eigentlich bräuchte ich gleich nur noch einmal die Skelette. Und dann... Okay, gut. Den hat er schon mal gesetzt. Ist aber egal. So. Jetzt gleich die Skelette. Und dann möglicherweise... Kriegen wir das hin? Ja, die kriegen wir noch nicht ganz gespielt. Die kriegen wir noch nicht ganz gespielt. Ach, scheiße. Er hat den Windstoß gesetzt. Komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, bringt ihm jetzt gar nicht mal so viel eigentlich. Denn... Wir kriegen die Erscheinung jetzt eigentlich kaputt. Oh nein, kriegen wir nicht. What the fuck? Aber jetzt doch, oder? Ja, sehr gut. Jetzt kriegen wir sie kaputt. Ich muss ja... Irgendwie muss ich ja die... Ich muss die selber irgendwie mal in Stellung bringen. Ich will den Drachen auch mal spielen. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht hingekriegt. Ja, gut, klar. Wir haben ja eh noch keine... Wir haben ja... Aber jetzt spielen wir ihn. Jetzt spielen wir ihn. Ich will ihn jetzt unbedingt spielen. Nein, komm. Gib ihn mir. Gib ihn mir, den Drachen. Jetzt geht's ab. Ja, da geht er aufs Spielfeld. Und er trischt alles in Grund und Boden. So. Du bist tot. Jetzt kommt der Flaschengeist nämlich da hin. Er kümmert sich da drum. Komm, gib ihm doch. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's auf jeden Fall interessant. Jetzt muss ich mal selber den Skelettkönig spielen. Ah, der... Komm, komm, komm. Gib dir Ärger. Der dunkle Ritter ist tot. Nein, 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 nein. Du machst jetzt meinen Drachen nicht kaputt, Kollege. Du machst meinen Drachen jetzt nicht kaputt. Ohne Witz. Jetzt pass auf. Jetzt... Einmal noch. Ich brauche ein einziges Mal noch. Komm. Jetzt hab ich die Erscheinung. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er tot. Pass mal auf. 19. Geil. 19. Die Erscheinung hat 19. Jetzt bist du weg. Jetzt überrennen wir dich. Jetzt überrennen wir dich aber sowas von. Pass mal auf. Jetzt pass auf. Jetzt, jetzt, jetzt. Gehst du nochmal rund? Ah, hat doch gerade noch gesetzt. Deswegen hab ich leider nur 5 bekommen. Ist egal. Wir haben sie ja gleich nochmal. Ich kann sie nochmal setzen zur Not. Aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen und machen auf jeden Fall noch ein Spielchen. Der Drache ist echt übel. Der Drache ist richtig übel. Und wir haben eine Goldkiste. Geil. Wir haben eine Goldkiste. Und wir machen auf jeden Fall noch ein Spielchen. Kein Schuh mit Klettverschluss. Er... Er schwört auf die guten alten Schnürbänder. Ich muss aufweisen. Ich muss husten voll lachen. Ich wette, der Schnürschuh ist so einer, der gibt dir auch nochmal ordentlichen Smiley, wenn du verlierst. Ich weiß nicht genau, ob der Schnürschuh so einer ist. So. Gegen... Ganz okay. Du hast es falsch geschrieben. Du hast es falsch geschrieben. Ganz okay. Schaut mal ohne E. So. Da konter ich doch mal direkt mit. Und jetzt hoffen wir mal... Er will gleich hundertprozentig den Skelettkönig setzen. Hundertprozentig. Wette ich... Wette ich alles drauf. Ja. Er setzt gleich den Skelettkönig. Aber... Oh, ne. Er setzt den. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was kommt. Kommen die Pfeile? Kommen die Pfeile? Kommen die Pfeile? Oder kommt es nicht? Ja, es kommen die Pfeile. Hat aber zu früh gesetzt. Und jetzt muss ich gleich mal hoffen. Ah. Gib, 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 gib. Ja. Moment. Ich bräuchte... Eigentlich bräuchte ich noch einmal die Skelette. Jetzt muss ich hoffen, dass ich relativ schnell die sechs Elixier vollkriege. Komm, gib mir, gib mir, gib mir. Irgendwo Elixier. Mana. Gib mir doch. Es wird knapp. Ah, so gerade eben. Plus Elf gerade mal. Ist vielleicht ein bisschen wenig, aber kriegen wir hin. Wir müssen ihn jetzt überrennen. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Komm. Überrenn ihn. Überrenn ihn. Überrenn ihn. Das muss jetzt so klappen. Ich muss ihn jetzt so holen. Komm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Ganz okay überrannt. Ja, sauber. Wir haben ihn überrannt. Yay. Yay. Gutes Spiel. Ganz okay. Gutes Spiel. War jetzt vielleicht am Ende ein etwas künstleres Spiel, als er es erwartet hatte. Damit aber eh keine Slots mehr frei. Drache konnte ich leider nur einmal setzen. Aber er ist stark. Aber er kostet natürlich auch 12 Mana. Das ist schon richtig viel. Und ja. Sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns später wieder zu einer Runde Clash of Clans mit Menefried. Bis später. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.